Hi, ich grüße dich herzlich willkommen zu 30 Sekunden Photoshop, naja, oder vielleicht auch ein bisschen länger. Heute geht es um das Thema Gradationskurve. Viele Photoshop-Anfänger können mit der Gradationskurve erstmal nicht so viel anfangen. Die findet ihr unter der Korrekturenpalette hier in der ersten Reihe an dritter Stelle. Und wenn ihr die mal öffnet, dann sieht das erstmal alles sehr merkwürdig aus. Was man allerdings erkennen kann hier, das ist das Histogramm, was dargestellt wird. Das sieht man hier oben auch nochmal. Und das Histogramm zeigt ja an, wie viele Bereiche des Bildes wie hell sind. Und alles, was hier links ist, ist mehr dunkel und alles, was rechts ist, ist mehr hell. Das heißt, wir haben hier doch in diesem Bild, was jetzt hier geöffnet ist, mehr dunkle Bildbereiche als helle Bildbereiche. Also die helle Bildbereiche sind hier die Hauttöne und alles drumherum ist dann doch eher dunkel gehalten. Die Haare, der Hintergrund und hier auch der Oberkörper. Und jetzt kann man hier mit dieser Gradationskurve verschiedene Bereiche des Bildes in der Helligkeit verändern. Und das kann ich jetzt hier tun, indem ich zum Beispiel die dunklen Bildbereiche aufhellen möchte. Dann hebe ich diese dunklen Bildbereiche, die hier auf der linken Seite sind, mit dieser Kurve einfach mal etwas an. Und ihr seht schon, dass dann diese dunklen Bereiche heller werden. Und andersherum, wenn ich die hellen Bildbereiche, also den rechten Bereich des Bildes hier, dunkler haben möchte, dann kann ich genauso gut anfangen, hier diese Kurve abzusenken und dann werden diese hellen Bildbereiche dunkler. Und andersherum kann ich, wenn ich die hellen Bildbereiche noch heller machen möchte, dann schiebe ich sie einfach weiter nach links. Und dann seht ihr auch schon, werden diese hellen Bildbereiche noch heller. Andersherum kann ich auch die dunklen Bildbereiche noch dunkler machen, indem ich sie hier weiter nach rechts schiebe. Und dann seht ihr auch schon, wird der Kontrast sehr viel stärker. Meistens ist es aber eher so, dass man diese Gradationskurve nicht so anfasst, wie ich es gerade getan habe, nämlich an den Endpunkten, sondern man setzt sich hier irgendwo in der Mitte die Punkte und fängt dann an, eine Kurve zu basteln. Und deswegen heißt das Ganze auch Gradationskurve. Und wenn ich jetzt hier anfange, mal in diesen Mittelbereichen, in diesen etwas dunkleren Mittelbereichen, eine Kurve zu ziehen, dann seht ihr auch schon, dass das Ganze etwas abgesofteter ist, dieser Effekt. Denn ich kann jetzt hier nicht die komplett hellen Bildbereiche heller machen, sondern ich mache eben die helleren Mitteltöne heller. Und dadurch haben wir ein viel sauberes Ergebnis. Ich habe jetzt hier insgesamt einfach den Kontrast angehoben, indem ich hier die dunkleren Bildbereiche dunkler gemacht habe, die hellen Bildbereiche heller. Das ist jetzt die eine Seite, was man mit diesen Kurven machen kann. Man kann hier unendlich viele Punkte setzen und theoretisch hier ganz crazy Kurven basteln, was allerdings meistens zu eher komischen Ergebnissen führt. Ich möchte euch jetzt aber mal zeigen, was man noch mit dieser Kurve machen kann. Ich öffne sie jetzt hier einfach nochmal, denn hier oben gibt es noch dieses Menü RGB. Rot, Grün, Blau kann man hier noch auswählen. Und was das bedeutet, möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Denn wir haben bisher nur in diesem RGB-Modus gearbeitet, in dem man normalerweise immer arbeitet. Aber ich kann jetzt hier auch noch anfangen, die einzelnen Kanäle, die einzelnen Farbkanäle des Bildes auch mit diesen Kurven nochmal anzusprechen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte nur die Rottöne bearbeiten und diese Rottöne möchte ich verstärken. Dann hebe ich das Ganze hier an und ihr seht schon, das ganze Bild wird roter. Röter. Jetzt kann ich aber genauso gut in die andere Richtung gehen und sage, ich möchte die Rottöne dann mal rausnehmen. Und was jetzt passiert, ist für viele verwirrend. Jetzt wird das ganze Bild nämlich auf einmal blau. Und jetzt zeige ich euch einfach mal ganz kurz den RGB-Farbkreis, denn darauf basiert das Ganze. Wenn wir uns den jetzt mal genauer anschauen, dann seht ihr hier drin, hier haben wir rot, grün und blau. Das steht für RGB. Und außen herum haben wir dann noch gelb, lila und türkis. Und das sind halt die Komplementärfarben jeweils dazu. Also zu dem blau ist die Komplementärfarbe eben gelb, zu grün ist sie lila und zu rot ist sie, ja, türkis. Und das ist jetzt die ganze Erklärung dabei. Wenn ich jetzt das Rot erhöhe, dann wird es noch roter oder röter das Bild. Und andersherum, wenn ich das Rot rausnehme, dann kommt die Komplementärfarbe ins Spiel, nämlich dieses türkis. Und genau das ist in diesem Bild hier auch gerade passiert. Ich habe das Rot rausgenommen, deswegen haben wir mehr türkis im Bild. Und andersherum, wenn ich das jetzt mal hier wieder rausnehme und dafür aber den Grünkanal anwähle und den jetzt erhöhe, dann haben wir entsprechend mehr Grün im Bild. Wenn ich das Ganze hier rausnehme, dann haben wir entsprechend, ihr seht es schon, mehr Lila im Bild. Und genau das muss man sich nur verdeutlichen. Wenn man sich diesen Farbkreis mal genauer angeguckt hat und den so ein bisschen verinnerlicht hat, dann weiß man auch ganz genau, was man hier in diesen Kurven machen muss, um entsprechend einen Farblook zu bekommen. Wir können natürlich jetzt hier auch mit den Grünen anfangen, die in den Schatten so ein bisschen rauszunehmen. Dafür haben wir dann in den Schatten so ein bisschen mehr Lila drin und in den Hautwerten oder in den hellen Werten haben wir da ein bisschen mehr Grün drin. Das ist jetzt nur mal als Beispiel, sieht jetzt in dem Fall nicht besonders gut aus. Aber man kann dann auch hier anfangen, komplexe Kurven zu bauen. Dadurch kann man schöne Bildlooks erstellen. Man muss sich einfach so ein bisschen reinarbeiten in diese Kurven, in diese Gradationskurven. Wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man damit echt eine ganze Menge machen und das ist sehr, sehr nützlich, dieses Werkzeug. Ja, 30 Sekunden sind es wirklich nicht geworden. Aber es gibt halt sehr viel zu erklären dazu. Und man kann das auch noch sehr viel weiter vertiefen. Aber für den Moment soll es das erste Mal gewesen sein. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema Gradationskurven habt, dann könnt ihr sie gerne unten in die Videokommentare posten. Und ich werde noch ein weiteres Video dazu machen. Gerade für Anfänger, denke ich, kann man hier noch eine ganze Menge mehr erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten abonniert den Kanal, falls es noch nicht geschehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Erarbeiten. Nur das Beste für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.